Ja, die Wächter der Zeit, die sind circa 2006 entstanden. Da ist der erste, der erste ist gemacht worden aus Gips. Das schaut so aus wie da. Die waren natürlich weiß und dann sind, habe ich es überzogen, mit Polyester. Und mittlerweile werden die Wächter hauptsächlich aus Polyester gemacht und so wie derzeit. Natürlich, die Religion spielt auch einen großen Einfluss auf die Wächter. Aber das möchte ich eigentlich dem Betrachter überlassen, wie der das. Untertitelung des ZDF, 2020 Fotografie, Malerei und jetzt die Skulpturen. Wie sind Sie auf die Skulpturen gekommen? Ja, ich bin grundsätzlich schon eigentlich Techniker und da ist dann wahrliegend der Designer. Ich bin sehr stark interessiert am Design. Und dann ist einfach der Schwenk gekommen Richtung Kunst. Bei der Fotografie bin ich auch sehr stark an dem Menschen orientiert. Bei der Malerei genauso. Und dann habe ich eben versucht, dreidimensional eine Person darzustellen. Ja, der Hintergrund von der Skulpturen. Ja, der Hintergrund, ja sie sind hohl, soll sehr mystisch wirken. Manche sagen dazu Mönche, manche Nonnen, manche afghanische Frauen. Und das wird dem Betrachter überlassen werden. Und das wird dem Betrachter überlassen.